So YouTube, herzlich willkommen zu diesem Video und ich glaube, ich habe gerade voll den Fehler gemacht, denn ich habe nur zwei Killstreaks dabei, das heißt, ich habe nur Swarm und Orbital dabei und Orbital hilft meinen Teammates noch, Kills zu machen, das heißt, ich werde hier trotzdem mal mit der FAL zocken, denn ansonsten scheint es mir unmöglich zu sein, denn das ist eigentlich momentan die einzige Waffe, mit der ich jetzt hier 50 Kills erreichen kann und mein ganzes Team nebenbei darf nur maximal 25 Kills machen und es wird einfach unmöglich, vor allem mit den beiden Killstreaks nur. Ich wollte, glaube ich, noch Death, also Death Machine mitnehmen. Da hinten war einer. Ja, Playdor, veraimen doch noch mehr. Wie schaut es aus? Okay, der erste Kill geht schon mal an mich. Ist schon mal gute Ware hier. Ah, gehört. Müsste hier jetzt reinkommen und da jumpt er mich weg. Okay, folgendes Problem. Die sind nur 5, wir sind 6. Das heißt, wir haben so gut wie keine Chance. Irgendwie hinter mir, ich glaube es nicht. Oh Gott, warum save ich noch nicht erstmal die Area ab, bevor ich hier reingehe? Aber es sieht nicht danach aus. Oh Gott, close enough. Gut, danke. Endlich mal gut, dass mich ein Teammate gerettet hat, obwohl er halt einen Kill dann bekommen hat. Ja, Croissant, Croissant Franzose, ist okay. Ich habe nur 7 Kills, das Gute ist. Ey, wenn ich 50 Kills habe, aber dennoch das Team Deathmatch verliert, zählt das trotzdem. Es kann ja alles wirklich passieren und ich kriege eigentlich total voll aufs Maul gerade. Ohne Spaß, sowas kann ich eigentlich nicht hochladen, aber ich lad wirklich jede Episode hoch, die ich eigentlich probiere. Außer das mal übe 2 oder sowas. So, 7,5. Und dann schnappen wir uns erstmal den, der kurz vor einer Streak war, beziehungsweise sah es danach aus. Und rushen die Lane erstmal rüber hier. Okay, nachladen sollte ich dennoch. Okay, angetacktes Todes. Rüber. Und jetzt. Nein! Ah, fuck, Alter. Da hatte ich gerade den Croissant gekillt. Und dennoch sieht es gar nicht so schlecht aus, wollte ich gerade sagen. Mein Team hat erst 5 Kills. Und den da hinten hole ich mir jetzt noch. Perfekt. Spawn abgesichert. Und wir haben 14 Kills. Das heißt, es ist noch alles drin. Es ist alles drin, Leute. Es kann jetzt wirklich zu einer Streak führen. Die mich in meinem Leben weiterbringt. Ohne Spaß. Nein, fuck, Alter. Schon wieder der Croissant, Alter. What the fuck? Was ist bei dem falsch? Oh, scheiße, Mann. 14 Kills, ey. Oh, Gott. Ich dachte, da wäre einer. What the fuck, Fedor. Ah, ich brauche, glaube ich, mal wieder eine Brille. Ja, da hinten war noch einer. Ja, woher? Woher kommst du? Nee, oder? Leichtgewicht, Geist. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kein Ding. Kein Ding. Juckt mich nicht. Ehrlich nicht. Okay. Fuck off. Komm. Komm her. Komm her. Rechte Seite. Kommt. Die Sonne alles... Ah, der jetzt rauskommt. Kommt jetzt. Ja, hast du bestimmt tragbares Radar noch hingelegt oder sowas. Wo ist der? Der war da. Okay. Okay, perfekt, perfekt. Spawn. Kommt da lang. Nein! Was? Ich hab den doch da hinten laufen sehen. Okay, wir haben 22 Kills. Wir haben zwar schon 40 Kills. Das heißt, es ist noch möglich, aber es ist verdammt schwer. Es ist... ...einfach verdammt schwer. Oh mein fucking Gott, Alter. Okay, perfekt. Perfekt gespielt. 27 Kills von 40. Das ist locker schaffbar. Verbaue es jetzt nicht. Verbaue es jetzt nicht. Außen lang. Ist sicherer. Passt. Perfekt. Nein! Was? Woher kamt ihr alle? Okay, Leute. 20 Kills noch. 20 Kills. Das heißt... Oh mein Gott, nein. Das Team Deathmatch darf nicht zu Ende gehen. Oh fuck off. Das Team Deathmatch darf einfach noch nicht vorher zu Ende gehen. Nein! Fuck! Fuck! 32 Kills, das ist einfach unmöglich jetzt noch. Ich glaub's nicht. Fuck! 18 Kills. 18. 17. 16. Fuck, Alter. Und das alles nur ein Liefel dann wahrscheinlich, ey. 15. 13. 12. Keine Ahnung, keine Ahnung, ich kann nicht zählen. Nein! Woher kam er? Woher kamen noch 12 Kills? Noch 12 Kills, Alter! Noch 11 Kills. Oh mein Gott, oh mein Gott! Wir liegen in Führung, wir liegen in Führung und ich brauch noch 11 Kills, scheiße, mein Team darf keine 4 Kills mehr machen. Nein, das war's, 100%ig. Ey, das kann nicht sein. Leute, macht bitte keine Kills mehr. Ich hab 40 fucking Kills. Gerade. Nein, das war's. Wenn die jetzt noch einen Kill machen, das war's. Ey! Fuck! Egal, Leute. War ein guter Versuch. 41 Kills und das nur ein Liefel. Und zwar hab ich ein bisschen verkackt, diese Episode. Hoffentlich hat es trotzdem gefallen. Alter, ich hatte eben echt noch Herzklopfen und dachte, ich schaff das irgendwie noch. Aber dann ist mein Team doch noch irgendwie ganz schön gut geworden. Alle positiv anscheinend, so wie es aussieht. Ja, doch, alle positiv. Naja, schade. Vielleicht krieg ich nächstes Mal ein Abfuck-Team oder sowas. Dennoch würde es mich freuen, wenn ihr euch irgendwie bedanken würdet mit einer positiven Bewertung oder sowas. Keine Ahnung. Lasst einfach irgendwie das dann, weißt du, ist brutal. Halt da rein, Jungs!